ja herzlich willkommen wieder bei einer neuen folge wir machen da wieder weiter wir sind nachts da kommt keine kunden rein oder nicht so viele ich weiß es nicht anscheinend keiner der guckt so komisch das ist auf jeden fall immer noch hier mein neues geschäftsmodell damit werde ich steinreich wird millionär also was youtube man ja also da fällt die gott nur einfach um da ist nice nice scheint wohl keiner mehr zu kommen dann gehen wir mal pennen was haben wir denn da meine auch cool das ding hier ist meine bude at home in der faschel fahren wir fühlen ich will da hin da geht doch da gucken wir gleich mal was auf der etage 2 ist aber erstmal schlafen gerne ja traut es heim glück allein so so sicherlich so spiel gespeichert bring dir nochmal ein zug so naja siehst du geht doch schuhe an und ab geht's ne machen wir die putze zu wir wollen zweite ne zweite wollen wir machen was der zweite sagt so hat kaffee ja 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 leid scheint laufen ne scheint geil zu laufen Okay, so kann es aussehen, ja? Ich... Joa... Ist okay, werde ich mal merken. Rrrrrrrrrrrrrr Fühlst du richtig durchgeschüttelt am Morgen? So, ab geht's. Wieder eine Butze hier. Aus dem Weg. Wieder hochfahren. Windus wird hochgefahren. Ja, das wird schon so passen, denke ich. Wie viele Knete haben wir jetzt eigentlich schon? Na, na, na. Leute. Weiß das einer? Nö, weiß keiner. Hm, was da unten steht da irgendwann? Äh... 1.492 Ja, geht doch, ne? Ah, was gucken wir denn da mal, hm? Oh, warte. Joa, sofort. Kleiner Blick. Anfrage genehmigt. Kein Thema. Ähm... Ähm... ... 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 Hallo! Oh, jetzt hab ich mich falsch angelegt. Hätte er doch lieber Fank! ... ... Sie dürfen gehen. Ich will meine Schläger wieder, ja? Ja, meine Schläger wieder. Wir sind ins Arsch, ey. Egal. Habe ich halt Geld verloren. Den mach ich fertig, den Typen, ja. Haben wir eine Mail? Nee. 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 Das kann ich jetzt mal noch kaufen. Okay. Nice. Okay. 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 Danke schön. Wir haben uns bald wieder. Wie freundlich oder? Ich könnte mal wieder putzen. So. Ein paar Spiele haben wir also auch schon. Das ist auch schon mal ganz gut. Spiel das. Wir haben uns immer gut. Hi. Ich bin sofort da. So. Bitteschön. Okay. 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 Da. Hallo. Hallo. Ja. Danke. Okay. Ja. 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 Klar doch, gerne. So, muss schon ordentlich sein, so ein bisschen. Danke schön, wir haben uns bald wieder. Arschloch. Ach, entschuldigung, sagt man nicht, ne? So, wollt der was klauen oder sagt? Nicht mit mir. Wofür haben wir denn hier? Ja, wir machen mal zu, weil... Vielleicht hätte er da hinten noch offen. Boah, 1000, 3000, ja. Was ist denn das? Game-Konsole. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Wie mache ich das jetzt? Basic Rucksack. Hm. Ich komme gleich wieder. Wollen wir mal gucken, wie ich das mache. Jetzt habe ich mich selber eingeschrackt. Das muss ich ja machen, damit hier keiner reinrennt mehr. Die Sachen klauen, während ich neue hole. Rucksack. Ah, guck mal. Guck mal, da kann ich jetzt die Sachen in den Rucksack legen. So geht das. Perfekt. Wieder was dazu gelernt. Habe ich noch was gekauft? Habe ich noch. Nein. Okay, geht mir. Okay. 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 Spitzung und Monitor. Aber ich glaube, ich habe kein Geld mehr. Aber es macht nichts. Da kommen jetzt gleich neue Kunden und dann kriegen wir wieder Geld. Wir haben nämlich nur noch 4 Dollar. Yes, so maybe. Und so soll das sein. Und der Strom ist wieder weg. Ja, wie soll es das sein? Na, Strom ist wieder aus. Dann machen wir den Strom wieder an. Dann fangen wir den Rechner wieder hoch. Ich finde das lauter als das andere. Das ist offen. Sehr gering. Na, klar doch. Zwei Stunden. Ja. Prima. 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 Und dann. Mal gucken, was machen sie denn da schönes? Oh, sie zocken. Tatsächlich das Game, was ich da gekauft habe. Ja, nice. So gefällt mir das. Du generierst Geld. Spitze. Hallo, Herr Officer. Schönen guten Morgen. Geld, danke. Ja komm, für 94 Euro kannst du doch wohl mal... Das ist doch hier überhaupt kein Ding. Du, verpinkel dich. Also dich will ich nicht sehen. Na, kommen sie rein. Schönes Angebot. Kommen sie rein. Ich brauche Geld. Kommen sie rein. Ich brauche Geld. Ja klar, gerne. Ich warte auf ihre Anfrage. Danke. 30 Minuten nur. Oh, noch ne Anfrage. Klar doch. Nochmal 30 Minuten. Auch gut. YouTube auch wieder. Welche Sheets oder was? Ja. Hallo. Ja, die dürfen gerne. Oh, geht. Hallo. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, es kämpft mir in der Schachtzug. Obwohl ich brauche auch... Irgendwie muss ich auch überleben, oder? Hm? Kommen sie rein. Dann können sie rausgucken. Draußen regnet es. Hier drin ist trocken. Hallo? 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 Das blüht den Leuten. Die hier einfach rausspazieren, ohne zu zahlen. Unglaublich, ey. Hä? Der kommt gar nicht so teuer. Oh, egal. Okay. Soll mich nicht stören. YouTube da auch. Geld ist Geld, ne? Stinkt nicht. Mhm. Hab schon mal dran gerochen. Passiert nichts. Das stinkt einfach nicht. Verpinkel dich. Ja, erzähl dich hier. Nicht du. Du da. Erzähl dich, Junge. Nichts zu holen für dich, ey. Draußen regnet es. Das draußen. Hier drin ist es trocken. Schrauben 것 gleich. Okay. Junge, du brauchst nicht raus spazieren, ohne mir das Zickel zu geben. Ich glaube, es hackt. Günstige Preise, Günstige Preise, kommen Sie rein, können Sie rausgucken, hallo. Draußen, was ist hier drin, trocken. Hallo. Ja, aber zieh dich, Junge. Nicht du, du kannst wiederbleiben. Kann man es sauber machen hier. Na ja, ich bleibe da, das ist sehr schön. Na ja, ich bleibe da, das ist sehr schön. Na ja, ich bin jetzt noch ein zweiter Rechner, ist noch viel schöner. Aber jetzt gleich mal Feierabend, ne, weil es ist ja auch schon spät. Du bezahlst aber, oder? Warum ist mein Schläger im Arsch gegangen, Alter? Was ist der Typ, der sich verpisst? Echt, du verpisst dich da auch wieder. Hallo Mädels, hallo Mädels. Ich bin wieder da, danke schön. Danke schön, wirklich sehr, 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 sehr viel Dank. Hallo? Ja, ich komme gleich. Alter, die Leute lassen ihr Müll hier liegen, ne? Echt, das darf nicht wahr sein. Danke. Hm. So. Leute, für heute geschlossen. Ich mache nur noch sauber hier einmal. Und so, haben wir alles sauber? Ja, ich glaube. So, wieviel haben wir da schon wieder zusammengekriegt? Jetzt gucken wir mal, haben wir da noch wieder ein bisschen was. Da kann ich mir jetzt schon bei Zamanso mal gucken nach dem Tisch oder so. Für den zweiten Computercase ist das so. Soll, für einen Chair, einen Stuhl. So, ja, der, Monitors, Maus, Mauspads, Paintings, okay. Desks brauche ich, ja, genau. Basic Consolen, ne, Basic Consolen, nein, 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 nein. Keine Consolen. Oh, schade. Okay, warte mal. Strom wieder aus, ne? Egal, machen wir ein anderes Mal. Ich habe jetzt sowieso nicht genug Geld dabei gehabt. Na gut. Können wir auch kurz eben noch nach, na, nach Virus gucken. Laufen lassen. Also Desk brauche ich. Dann nehme ich den. Und ich brauche einen Chair. Dann nehme ich einfach den, da das reicht. Und das wären dann 404. Ja, ich weiß nicht. So. Ähm. Ja, genau das. Scannen. Wolle auch nicht. Nein, das freu ich eigentlich nicht. Entschuldigung, der Effekt habe ich jetzt, ja. Ähm, na ja, genau. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte es www, ne? Das ist ein Cracky, Cracky-Yacky. Beispiel, Joint Server. Ja, und jetzt. Neuer IP. Kann ich was, ich kann nichts machen, ne? Hm. Anscheinend kann ich noch nicht, noch nicht viel machen, aber was ist denn, was ist das denn? Ach, hier kann ich, ja. Okay. Kawaii. Kawaii. 50 Dollar pro Tag, ich muss jetzt mal einnehmen. Kann ich jetzt auch nicht machen, Alter. Ähm. Leute, 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 was soll ich denn jetzt machen? So. Aufgeräumt haben wir jetzt schon? Ja, aufgeräumt haben wir. Ja, aufgeräumt will ich das jetzt nicht. Warten noch eben kurz, bis das durchgelaufen ist, ne? Und dann, äh, gucken wir mal. Wir machen Feierabend. Dauert ja urewig lange hier. Na, komm. Und, 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 und. So, Virus beendet. Zack, jetzt geht's ab nach Hause. Trautes heim, glückgelein, Abmarsch. Und, noch mal. Der faschische Flix, ne? Will einfach nicht. Lass mich raus. Geht doch. Nur nett bitten. Dann ziehen wir noch mal wat. Passt doch. Jetzt gehen wir ab die Falle.